Ja, ja, ich wollte genau dort einhaken, wo du gesagt hast, naja, Duolingo, und dann habe ich mir gedacht, ja, anstatt dich dagegen zu wehren, wäre vielleicht der sinnvolle Ansatz, wo könntest du das integrieren in deine Arbeit, sodass du es hast. Und einfach nur als ein konkretes Beispiel, aber ich glaube, das gibt es sehr oft, wo man in den Widerstand geht und sagt, ja, das geht nicht. Und in Wahrheit müsste man viel offener sein und sich damit beschäftigen, wo würde das gut passen und warum passt es oder vielleicht warum passt es auch nicht natürlich. Und ich glaube, da kann man nochmal ein bisschen den Bogen schlagen zur Veränderung. Ich glaube, du darfst Veränderung nicht um des Verändernswillens einführen, aber du musst unglaublich offen sein für Veränderung, wenn deine Ziele hoch sind, wenn du etwas erreichen möchtest in deiner Position als Führungskraft. Du musst einfach in der Lage sein, das zu antizipieren und du bist einfach als Führungskraft natürlich viel mehr in dieser Position, wo du mehr, also du bekommst ja auch mehr Informationen, du bekommst mehr mit, du bist im Informationsvorsprung üblicherweise gegenüber deinem Team. Wie gehst du mit dieser Diskrepanz um, dass du schon Dinge weißt, die die anderen noch nicht wissen? Du weißt ständig mehr, du weißt ständig neue Dinge und du musst es dann auch für dich managen, diese Dinge geordnet und in gut verarbeitbare Häppchen auch deinem Team wieder anzubieten, um da einfach die Verunsicherung hinten anzuhalten, um da Möglichkeiten zu schaffen, wie man damit umgehen kann, wie man dafür lernen kann, dort hinzukommen, wie man sich eine Kultur schafft, die diese Veränderung auch verarbeiten kann und sich geradezu darüber freut, dass es Veränderungen gibt. Und es gibt natürlich auch negative Seiten. Ja, es gibt, klar, warum gibt es diese beharrlichen Kräfte bei Veränderungen? Naja, weil Menschen das halt oft dann gut gefällt, wie es gerade ist. Ja, und wenn man irgendwie, dann werden Sachen verändert, da werden Prozesse eingeführt und auf einmal so der Klassiker, was ist ich, muss man mehr dokumentieren oder muss man sich mehr an Regeln halten etc. Und da gibt es natürlich immer welche, denen das nicht so gut gefällt, weil da gibt es halt immer welche, die mehr in dieser Wild-West-Manier einfach laufen, Probleme lösen, alles nebenbei erledigen. Und dann gibt es halt andere, die einfach lieber nach dem Kochrezept arbeiten. Und ich glaube, da muss man halt auch gut erkennen, welche Mitarbeiter ticken wie und welche Mitarbeiter kann ich auf welche Aufgaben loslassen? Und passt das mit der Persönlichkeitsstruktur besser zusammen als andere Dinge? Es gibt einfach Menschen, die sich in Projekten sehr leicht tun, weil die lieben die Herausforderung und lieben das Neue und alles gut. Und dann gibt es andere, die lieben halt das Stetige. Und wenn du die Stetigkeit liebst, bist du vielleicht in einem Projekt nicht so gut aufgehoben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, du hast vorher schon erwähnt, es ist so wichtig, sich selber mal wahrzunehmen und zu reflektieren. Wir bringen da immer wieder die Ideen des Journalings und ich finde, da sind wunderbare Sachen dabei. Wenn du einfach dir jeden Tag überlegst, was dir gut gelungen ist, wenn du dir überlegst, wofür du dankbar bist, wenn du dir überlegst, was möchte ich denn morgen anders machen, als ich es heute gemacht habe, dann schaffst du mal einen fruchtbaren Boden dafür, was alles abläuft bei dir und in deinem unmittelbaren Umfeld.